Wie war das denn so in Syrien? Also gab es auch schon mal Zeiten, da haben Sie gehungert oder haben in Angst und Schrecken gelebt, weil Sie die ganze Zeit wirklich auch Angst hatten, erschossen oder getötet zu werden? Ja, dieses Gefühl vergesse ich niemals. Ich habe alles erlebt. Ja, und ich habe auch alles gesehen. Und ich hatte auch so ein kleines Kind. Mein Kind war ein Jahr alt. Und er konnte manchmal gar nicht schlafen, wegen dieser Bombe und so. Dieses Gefühl bleibt drin, was wir schon erlebt haben. Ja, das vergessen wir niemals. Ich glaube, wir haben bis jetzt Angst, wenn wir so etwas hören, so wie, ja, zum Beispiel Feuerwehr. Und das ist ja auch in der Nähe wahrscheinlich. Ja, wir machen plötzlich so. Wie ging es Ihnen dann, als Sie in Deutschland angekommen sind? Oh, das war am Anfang zu schwer, weil wir haben gar nicht gewusst, wie die Leute in Deutschland wohnen und wie leben sie. Aber jetzt ist es zu besser als froh. Am Anfang war es zu schwer, weil immer in Deutschland ist es am wichtigsten, die Papier. Die Papier ausfüllen und Briefe und Briefe und Briefe und wir haben das nicht gewusst eigentlich. Und wir konnten auch nicht die deutsche Sprache. Aber jetzt ging es gut. Haben Sie schon mal Erfahrungen mit Rassismus sammeln müssen? Ja. Und wie ist es denn so abgelaufen, wenn ich fragen darf? Eigentlich, als wir noch nach Deutschland gekommen sind, da habe ich so viele Leute gesehen, dass sie uns diesen Rassismus sehen. Aber ich habe nicht gewusst, warum, weil wir auch Menschen sind. Wir sind ganz normale Menschen und wir sind da nicht, um Urlaub zu machen oder eine Reise. Wir sind hier, weil unser Land Krieg ist. Und wir haben uns auf einmal plötzlich hier in Deutschland gesehen. Und konnten Sie dann schon Arbeit finden oder ist es etwas komplizierter, wenn Sie Migrationshintergründe haben? Ja, früher konnte ich nicht sofort eine Arbeit finden, weil ich die deutsche Sprache noch nicht konnte. Und nach einem Kurs, ich habe einen Kurs besucht, ich habe B1 geschafft, B2 geschafft. Und ich konnte ein bisschen Deutsch sprechen. Da habe ich eine Arbeit gesucht, aber das war zu schwer für mich. Da habe ich gesagt, nee, besser, dass ich eine Ausbildung mache als Erzieher. Vielleicht leichter für mich, weil ich Kinder habe. Wenn sie mich jetzt fragen, aus welchem Land sind wir, Mama, wenn ich sage, wir sind aus Syrien, dann sagt, wo ist Syrien? Was ist Syrien? Sie haben gar keine Ahnung, was Syrien ist. Sie haben sich plötzlich in Deutschland, dass sie in Deutschland wohnen und sie haben deutsche Freunde. Und sie sind in der Schule oder im Kindergarten mit Deutsch sind. Sonst fragen sie nicht so viele Fragen aus unserer Heimat. Ja, wie sind denn Ihre Kinder so drauf? Also mein Bruder zum Beispiel, der ist ein bisschen faul und hängt nur vorm Computer. Wie ist das so bei Ihnen? Nein, nein, es ist ganz anders. Der Große, er macht alles Hausaufgabe, obwohl er die Hausaufgabe fertig macht. Aber wenn er nach Hause kommt, macht er wieder. Und Handy, sie dürfen kein Handy schauen und auch nicht Laptop oder Computer. Nur eine Stunde Fernsehen sehen und ein bisschen spielen und danach ist Schluss. Fällt heute auf. Grund dafür sind Streikauswirkungen. Wir bitten um Entschuldigung.